Halli Yolo, ja heute spielen wir wieder Five Nights at Freddy's, ja Teil Nummer 2, bei Night 2. Ja, ihr seht mich nicht so gut, aber jetzt schon. Los geht's. Wir waren ja nämlich da und dann sind wir das zweimal schon abgekackt. Ich hoffe, ich hoffe das jetzt. Ja, diese Nacht, diese Nacht, ein Nachtbrecher sag ich schon, so ein Nachtmeiner. Wachmannmeister. Sind doch alle da? Was? Oh mein Gott. Bonnie ist weg! Da, ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Oh mein Gott, Foxy. Oh mein Herz! Oh nein! Oh nein! Es war Bonnie. Ich hab den gar nicht gehört. Der war so leise und als ich ihn hochgedrückt habe... Oh mein Gott, ich hab ihn hochgedrückt habe. Ich hab ihn hochgedrückt. Ich hab ihn hochgedrückt. Ich hab ihn hochgedrückt. Ich hab ihn hochgedrückt. Ja. Ja! Ah, ich habe dich gesehen. Ja. Fertig, steht jetzt alleine. Bonnie und Vogel sind jetzt unterwegs. Wo ist Bonnie? Ich habe es gehört. Da kam etwas. Dann, dann. Ha, ich habe dich gesehen. Okay. Dann. 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 alle sind da, alles okay Bonny ist weg! wo bist du, Kleiner? warte mal es darf nicht wahr sein, Bonny ist weg ich muss zwei zumachen geht nicht um das da bist du ja ich muss zwei zumachen das ist weg der Bonny ist weg oh mann okay wir gucken die Aufnahmen nochmal bobe räusch ich wills mit euch schaffen, bitte drückt mal die Daumen, damit wir es schaffen aber ja, ich wills mit euch dann, der rennt der geht nicht so wie die anderen der rennt voll da hört man vor wie Trampel, der ist super schnell, der Foxy da musst du, wenn du, wenn du schon das schnelle Hörser da eben auf dich zurennt, muss man sofort da drauf drücken wenn der gegen den gegen den Tümmel läuft Bonny ist weg da bist du ja ich hab dich erfasst ich hab dich erfasst du kleine Racker oh mein Gott, lass mich schaffen min 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 ja min Es muss sein. Was? Es geht nicht mehr. Oh nein. Wasser. Ah! Ich weiß, ich weiß, warum das nicht mehr gegangen ist. Es ist hier drunter gewesen. Oh nein. Nein. Einmal spiele ich noch. Wenn ich das nicht schaffe, dann reiße ich mir die Bude voll. Einmal spiele ich noch. Ich verkrafte das sonst nicht. Wir spielen jetzt einmal noch. Nur einmal noch. Ja? Ich hoffe, ich schaffe ich das. Weil sonst spiele ich hier aber so total langweilig. Mit euch. Hö! Was? Ist der Bonnie jetzt so? Wollen wir schon weg? Hallo, Bonnie. Komisch. Ach, Leute. Ich kann nichts. Ach nein. Ist der Bonnie auch noch weg? Wo weiß ich nicht. Ah! Da war das Gesicht von ihm. Da war das Gesicht? NDR. Tja. Annen. Uf. Dabend. Dabend. Genau. Dabend. Dabend. Tja. Dabend. Dabend. Oh! Dabend. 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 Ach, jetzt ist die kleine Vogel auch noch weg. Chica ist jetzt auch weg. Chica ist jetzt auch weg. Warum? Was? Ha, ich hab dich erfasst. Ah, fach sie. Ach komm, lass mich das schocken jetzt. 15 schon aufgenommen. Ich hab dich erfasst. Du kleine Racker. Der Freddy guckt voll zu mir. Alter. Oh nein, ich sterbe. Ich sterbe. Nein. Ich sterbe. Ja. Also Leute, heute hab ich ein Video gedreht, das nichts gebracht hat. Aber egal. Es hat trotzdem Spaß gemacht mit euch. Und jetzt kommt noch ein Intro mit Musik. Nächste für euch. Für das Ende von diesem Video. Und dann noch ein anderes Foto von FF. Also bis gleich. . Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020